Er lässt mein Mann nicht, ich hätt' mich schlommens vorzuhören auf ein Schafier. Ich hab' mein Geld vorzuhören, er lässt mein Mann nicht, jetzt bin ich nicht ein Buh, ein Buh, ein Buh, das sei zu viel. Ich war's so drackt am Lieden, noch ihm bring ich den Arm. Ich war's ein Lippe-Besel, aber wo war's ich nicht genau? Ich hab' mein Geld vorzuhören, ich bin da früh. Ich hab' mein Geld vorzuhören, er lässt mein Mann nicht, ich hab' mein Kortenstühlen, noch ein Hatsch in die Seine-Mais-Schuss, das ist der Korten-Diebler-Blues. Radio YZLON Unser Radio im Lande Mollakon, in Retzeland und in Znernoland. www.radioy.at Wir hören's. Ein Bagger fährt mit 180 links auf der A4 und haut der Limousine seine Schaufel an die Tür. Die Limousine stoppt sofort und der Chauffeur sah auf der Stelle den Schaden an den Wagen. Es war eine Bagatelle. Ja, gute Willi Astor, nicht verschwägert und verwandt mit dem Tom Astor. Hallihallo, herzlich willkommen auf Radio YZLON.at Aus dem sonnenüberfluteten und mit knapp 25 Grad doch noch relativ sonnlich warmen Hollabon. Zu einer neuen Ausgabe vom Raritäten-Corner. Und genau zu dieser wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ausgabe vom Raritäten-Corner.at Und ebenso erfülle ich heute wieder in der heutigen Sendung jede Menge Musikwünsche. Natürlich stammen die meist von einer einzigen Person. Genau, eh schon wissen wer. Pauli, servus. Die anderen, die im Chat rumkommen oder sonst irgendwie mitlauschen, sind anscheinend zu schüchtern, um sich irgendwelche Wünsche äußern zu trauen. Dann würde ich sagen, starten wir kurz durch mit der ersten Nummer. Das ist gleich ein Wunschtitel, nämlich ein paar Blumen und ein Glas auf 49. Auf 49, auf 49. Naja. Semitörder. War da mal bei Modern Talking dabei, klingt auch so ein Nuchen-mäßig, der Gesang. Egal. Vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen beim letzten Titel in der heutigen Sendung. Nämlich Heinrich Walcher und Io Tiamo. Ich bilde mir fest ein, ich kenne den Titel in Italienisch auch. Aber keine Ahnung, wer das Original singen könnte. Vielleicht kann mir unser Italienisch-Fan, unser Pauli, auf die Sprünge helfen. Die Sonne brennt heiß und das Meer ist so blau. Er singt von Amore und du weißt genau, wie man Spaghetti dreht und das Gelate zergeht. Doch noch hast du Urlaub, es ist nicht zu spät. Für einen Spaziergang hinunter ans Meer, schenk ein den Chianti, denn er liebt dich so sehr. Dann gib ihm deine Hand und leg dich in den Sand. Pass auf, du bist blond, drum hüt' dich vor dem Sonnenbrand. Ich und die Amore und du weißt genau, was sagt er so schnell. Sein Haar ist so schwarz, doch der Morgen ist hell. Ich und die Amore und du weißt genau, was sagt er so leicht. Das Meer ist so tief, doch am Strand ist es Zeit. Der Wind weht so kühl und der Sand ist so warm. Er redet zwar viel, doch er hält dich im Arm, wie er Ragazzi hält. Wenn er die Batschi zählt und du denkst, mit der Batschi, was kostet die Welt. Ich hab die Augen, das sagt er so schnell. Sein Haar ist so schmalt, doch der Morgen ist hell. Ich hab die Augen, das sagt... So, ich hab wieder mal die Freude und die Ehre, den Titel abzukürzen. Habe wieder mal verschätzt mit der Zeit. Ganz klar, soll ja vorkommen, bei mir natürlich immer wieder, regelmäßig. Ihr Thermo Heinrich Walscher. Und wir sind jetzt schon dort angelangt, wo wir alle hin möchten, wo sich die meisten Hörer und Hörerinnen wünschen, dass der endlich Schluss macht und sich aus dem Studio vertschüsst. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Liebe Freunde der Schlechtmusik, das war's wieder mal für heute. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören. Danke an die Jungs. Bussi an die Mädels. Tschüss, Papa. Bis nächste Woche. Ich bin und bleib' ich, euer DJ René. Und nicht vergessen, wie immer, ganz klar. Wir hören uns. Bussi an die Jungs. Bussi an die Jungs. Bussi an die Jungs. Radio Y. Radio Y. Unser Radio im Lande Mollerfunk im Netzland von den Znamerlatt. Bussi an die Jungs. Bussi an die Jungs. Bussi an die Jungs. Bussi an die Jungs.